Echt uncool. Lüftet in beide Richtungen oder? Ja. Wobei hier kann er in die Ecke laufen. Da kommst du hier nicht mehr raus. Wollen wir mal machen. Dim 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 dim. Das Plätze ist einfach höher. Wir spinnen den Ball und verhübschere das Ganze. Ich bau gerade meinen Riss bei mir zu. Oben. Über Tage damit man da nicht mal reinfallen kann. wir jetzt von hinten weil es ja dunkel ist das gelett mich runterschießt dann kommt sich hart ich weiß ich wollte jetzt nächstes verzaubern ich brauche auf jeden fall man schwert ist jetzt hier unendliches wasser legt wie wärs mit deiner nase hd wahrscheinlich weil wir hier ganz viele haben ist ein ganz witzig meinst du wir die an breaking free hat hd oder ich könnte eigentlich meine oder wenn die effektivität fiat dann hält selbst ein tempo die nicht mehr auf peter hast du nicht deine diamant rüstung verzaubert und ich ja was kann die kleine nix feuerschutz 3 das ist jetzt noch mal hin und der riss ist unter meiner ganzen butze ja das ist ich kann aber endlich ich bin zombie ich muss noch ein bisschen jetzt kann ob sie irgendwann schönes draus machen schon so eine idee checken wir mal aha sieht doch hier nach was aus äh wie soll ich denn eine blume im winter von mir vielleicht oh ja ich hab dir ein blümchen geschenkt so was hast du denn da gemacht nehmisch ein schilder hin da hast du kann nur die treppe äh ne erde da geile na genau stein ach ne komm mit erden nehmen wir noch mit ah bin ich verwirrt so juhu level 30 das shit aus geile dumme geht z geht z ok das ging aber schnell dann doch ich darf ich mach kurz zum verzaubern ich glaub ich hab ich block mir mal ein paar diamanten ne ok sagst du nix drauf hab ich los jetzt komm ich nicht mehr raus ach so ja doch juhu das passt aber da sieht doch ein bisschen hoch aus hm aber nix gut so was kann ich denn jetzt was wie so nether quarts hier machen glaubt der quarts schon oder glaubt der quarts schon oder also da drunter musst du im grunde genommen ja nur einen baum einen raum bauen am besten aus mit obsidian obsidian wo die fischer reinfallen ist gut ok brennen kann man hat nicht an sich da kann man nur weil hier ist noch kein was zu machen boah sepp fang ich damit schon mal an das ist ja auch geil mach das mal mach das mal du kannst das ja da hinten stoppen ja genau wir sehen die denn aus das ist ähm ich sag mal so ein bisschen ähnlich wie wolle nur ein bisschen mit so ganz ganz leichten rotschimmer alter na gut fick dich wie dein stuhl ja stimmt oder aus kann man dieses oh oh die säulen sehen aber oh leck mich am arsch sepp damit können wir unserer finca einen richtig geilen römischen touch verleihen mit eurem ficker im gefängnis meint er damit ah ja ich verstehe danke ah ja ich verstehe danke jetzt soll ich lachen wenn ich drüber lachen würde alter sepp die dürfen nicht bei mir hier rein springen nein nein aber die klitschen hier durch die decke durch ne ich weiß die steht vor mir aber ist nicht da ja das war mein problem vorhin und du kannst ja auch nicht hauen oder was das ist mega scheiße mige scheiche mige scheiche mige scheiche mige scheiche boah warum hab ich denn jetzt passiert so dann versuchen wir mal auf den grund zu kommen gespannt das hat noch keiner von uns erkundet so mutig wie jay war noch keiner vor ihm ja du hast ja voll den krassen riss da mit deinen ganzen spinnchen oh ja hast du noch das ist voll dunkel oh oh ja ich hab noch vier oder noch mehr ja da muss natürlich jetzt auch passen ich weiß nicht mehr wenn das fauna reicht naja deshalb wir waren nämlich voll dunkeln und nachher spawnen hier fünf stück auf einmal und dann war es das haben wir hier so ein spawnerloch wie tief musst du das reicht ne keine ahnung ich hab doch zwölf tief gemacht oder so zwölf ja keine ahnung wie weit die viecher fallen dürfen also du machst ja unten am wasser rein eigentlich aber die dürfen ja nicht sterben direkt ne ne die dürfen nicht sterben sonst kriegst du keine erfahrung das ist echt scheiße das hat ja echt total was die säulen sehen ja super geil aus ja ne toll aber hallo mit fax oder was ich fand die scheiße und da hab ich da was falsches gebaut hat echt was hat echt was von diesen griechischen bauwerken ja ne christian gesundheit und schaden christian kannst du dich an die seite mal stellen wo der eingang ist zu dem raum damit ich in die richtung buddeln kann lass dich an den anderen aufstellen fallhöhe ja Peter jetzt stell dir mal vor wieviel schaden in den herzen nicht wir den kriegen ich bin so ein mausoleum daraus bauen nur aus den steinen was meinst was sie da haben das könnte schon einiges da bist du aber nicht sehr warm fahren oh ja dann jetzt also zum beispiel euer haus sieht auch echt ganz schön schiff aus den herz schaden kriegst du bei 13 fallhöhe ich weiß nicht was ich für ne fallhöhe habe gerade hier ist der verbrennungsofen ah der grill oh ja der verbrennungsofen ah ja drei vier wow 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 sechs sieben das ist der kühlschrank das meinte der mit dixi klo wie geil ist das muss ja schon hier unten gucken also aber eine mächtige tür vor dem kühlschrank er scheiß die wandern zwölf sind das jetzt zwölf machen 4,5 schaden hält die kühle nicht so krass drin ne mit den riesen löchern in der tür das hilft auch noch richtig krass mehr können wir eh nicht runter weil unten wobei eigentlich ist es ja gut wenn der obsidian ist ne ach so leute da unten ist der schwarzstein ja ja aber du musst ja noch wasser da unten also ein bisschen bauen müssen wir ja noch lass mal den raum da unten bauen das war gar nicht kommst du mit runter ja da ich mittlerweile mal dein level gedingst christian machst du dort christian ja ich hab ne schippe der wasserfall ist aber echt noch verbesserungswillig oder ist der fertig so dann will ich nichts gesagt haben so der ist noch nicht fertig also im ende ja ja ist er beim arsch ja den hättest du doch gar nicht weiter gearbeitet weißt du denn in welche richtung man irgendwie jetzt hier irgendwo hinkommt dass man die idee habe lava okay in die richtung bauen wir nicht lava dann sollten wir in die andere in nach links nach links hier so was kommt denn der anbau rein lava boah okay christian das ist doch lame also eigentlich müssen wir ja hier so machen ein bisschen bei sand weil wir dann alles mit idean ausfüllen müssen auswählen die ecke hat zwei ändern männer ja sieg würde sie beide ja auf jeden ich guck die beide ja sehr gut mache never ever guckst du ja guckst du ja alter jetzt sind die beide von meinem eingang hin können wir schlägen ähm alter wer geht denn dieser riss ich glaube wenn ich mich wieder hochgrabe bin ich fast bei christian so also die ecke müssen wir auf jeden fall mit obsidian ausfüllen auch und jetzt müssen wir halt gucken dass wir irgendwo so einen glotze raum hin machen sind die da unten drin ach so hat die ist ja gerade abk ach guck da ist vorbei aua was ist wo unten drin ach so lol das warst du ich dachte wer wäre wo unten drin ob die bobby's da unten sind äh